Ja, so in der Dimension nichts zu erwarten oder doch? Ich weiß nicht, also mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich vorher Sendungen gemacht habe, die nicht von so vielen Menschen gesehen worden sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur an der Wochenschau gelingt, aber also für mich war es schon überraschend, ja. Bei Ingolf habe ich auch das Gefühl, das ist endlich das Format, das dir eigentlich liegt. Du hast schon so vieles gemacht, aber darin fühlst du dich wahrscheinlich auch sehr wohl. Ja, natürlich, also ich wollte dieses, ein Wochenschau-ähnliches Konzept wollte ich schon viele, viele Jahre machen. Nur war es damals Mitte der 80er Jahre noch gar nicht vorstellbar. Das ist ja sehr viel Arbeit, das heißt, die ganze Woche sind Leute damit beschäftigt, Texte zu schreiben, zu gucken. Also wir haben allein vier Leute, die hier rund um die Uhr Fernsehen gucken. Die sitzen da in einem engen Kabuff, haben kein Fenster drin, die kriegen ab und zu was zu essen rein. Und die gucken halt immer alles, was läuft und dann wird das ausgesucht, vorausgesucht. Und dann überlegen wir uns eben, wie wir die Sachen gegenschneiden können, wie wir die anders auflösen können, wie wir da was Witziges machen können. Also viele Menschen denken, das sei alles von uns, also wir hätten das alles geschrieben, sodass dann auch Kritiken kommen, in denen steht, Glück, nicht eine Pointe oder Engelke, sehr, sehr lustig. Das ist doch gut, wenn das steht in den Kritiken, oder? Das ist gelogen, also wir haben ein ganz tolles Team an Autoren, die da... Du musst ja nachher das Anchorman verkaufen und das macht ihr live fast immer, ja? Nein, wir machen das also, wir machen das einen Tag vorher und haben aber immer dann auch noch die Möglichkeit, also um ganz aktuell zu sein. Und dann wird es nachts dann geschnitten und wird dann ein bisschen was gemacht und dann wird es am Samstag gesendet. Aber es ist eine Live-Situation natürlich. Und wie ernsthaft und diszipliniert ihr an eure Arbeit rangeht, das können wir jetzt mal dokumentieren. Ja, so verschmeckt es. Ich befinde mich hier in der Wohnküche... Ich bin ein Lieger... 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 Außerdem ist der Kopf auswechselbar... Ich bin ein Lieger... 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 Tritt der Scheich jetzt. Das war so geil. Danke. Deswegen fliege ich SM-Allen. Den bei SM. Bei SM. Ich muss das alles in die Nase gekacken. Wer ist der neuer Weltmeister im Verlachen und im Versprechen? Also, wir müssen erstmal die beiden anderen nennen. Das sind Bastian Pastewka und Marco Riemer. Marco ist sehr albern, da sage ich nichts Falsches. Marco ist ein absoluter Slapsticker. Wenn irgendwo eine Stufe ist, wenn der hier wäre, der wäre schon gefallen dreimal. Also der kann das auch sehr gut. Ich bin auch sehr albern am Set. Ich bin sehr undiszipliniert, muss ich zugeben. In-Golf ist ganz problematisch, weil er immer ein Wort sagt mit SCH. Ich sage das, wenn man was veralbert, sagt man meistens automatisch, dann sagt man, oh scheiße. Aber ich glaube, ich bin da noch so am Disziplinierten. Ja, ja. Als Enkerman muss man das auch sein. Er bleibt ganz ruhig immer, ja. Wie schafft man das eigentlich alles unter den Hut zu bringen? Moderation bei SWF 3, Gagdury, also Kabarett, dann hier die Nachrichtensprecherin. Und ein Kind, ich habe ein Kind. Ein Kind, Mutter, ja. Wie geht das eigentlich? Es geht ganz gut, weil wir ja in Köln arbeiten in erster Linie. Also so ein Drehtag beginnt, selbst wenn er früh beginnt, nicht so in unmenschlicher Zeit. Dann drehen wir tagsüber und wir sind relativ fix. Also wenn wir gut arbeiten, sind wir früh fertig. Das geht schon. Und wenn es Spaß macht. Und wie gesagt, wenn es in einer Stadt stattfindet, ist das ganz gut. Ihr habt eine Gemeinsamkeit, ihr habt beide im Kinderchor begonnen vor relativ lange Zeit. Ihr habt eine lange Karriere schon hinter euch. Ja, aber nicht in dem gleichen Kinderchor. Nee, nee, nur in Bielefeld. Ich war in Bielefeld im Kinderchor und hatte da auch so eine große Karriere vor mir und habe dann also beim Weihnachtskonzert, wo meine Eltern und meine Oma im Publikum saßen, und dann hat hinter mir, hat mir einer mit einer Nadel auf der Treppe, wo wir gewahrt sind, eine Nadel in den Hintern gestochen und dann habe ich geschrien und dann musste ich unten sitzen und alle haben gesungen, nur ich durfte nicht. Es ist jetzt wirklich ganz, du wirst hinterher noch weinen, Anke weint, aber was soll ich sagen. Und ich musste unten sitzen und durfte nicht mitsingen. Meine Oma und meine Eltern waren im Publikum, es war ganz schrecklich. Und dann habe ich diesen Kinderchor verlassen, aber vorher habe ich natürlich da gerne gesungen und nachher wollten die auch, dass ich wieder eintrete. Dann behaltet die kindliche Freude bei. Macht weiter so, dann sehen wir uns auch bald wieder. Und viel Erfolg weiter mit der Wochenshow und auch hier noch das Beste aus Pleitenberg und Bann. Danke, Anke Enke und Ingolf Lück. Danke, tschüss.